Da unten bin ich im Terrain... Ach, ihr Idioten! Gut, dass ihr so herrlich dämlich seid. Ich glaube, wir werden hier 3 Barts verbringen in diesem Tempel. Ok, dann bin ich hier rein. Dann muss ich da hier rauf. Dann... Ich hier so... Boah, ich glaube gleich haben wir's. Ich muss die Statue holen... Aber das müsste es jetzt bald gewesen sein. Ach, schon wieder ihr! Ja, na dann trifft mich Halt... ... unser Gesicht. So, jetzt werden wir wieder hier. Ein bisschen umschalten. Ach, bin ich dämlich. Ich muss hier zuerst den Inhalt von der Druhe holen. Ach, du Scheiße. Stimmt ja. Ach, dann muss ich ja nochmal bei den Idioten hier vorbei. Ja, ja, sorry Leute. Total verplant. Das heißt, ich muss ja eigentlich dort rauf dann kommen. Ja, das bedeutet wieder, dass ich nochmal... Ach Gott... ... hier herumgehen muss. Ja... ... hier... ... hier... ... doch... ... endlich. Okay... ... noch lauter... ... zu dem Omerang rein... ... hoppla... ... ok... ... umgeschaltet... ... da rauf... ... da rauf... ... ist weg... ... jetzt muss ich hier rauf... ... dann wieder da rüber... ... genau, jetzt sind wir wieder hier... ... zack zack... ... jetzt sind wir wieder hier... ... zack zack... ... so... ... hier, 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 hier... ... hin... ... dann hier so... ... nein... ... eins höher... ... ach... ... oh Gott... ... zu Feuer gelaufen... ... aber jetzt... ... aber jetzt... ... der Hammer! ... ich hab den Hammer erhalten... ... so... ... um uns jetzt... ... ein paar Laufwege... ... zu ersparen... ... ... ach nein... ... ich will den... ... Spiegel benutzen... ... so... ... ne... ... ich muss ihn in der Mitte rauf... ... so... ... so... ... da... ... so... ... hier... ... hier so weiter... ... den Stein runter... ... schmissen... ... einmal... ... nein... ... ich will den Bomberang... ... da... ... da... ... da... ... weg... ... so... ... wie wehdust... ... so... ... jetzt können wir hier aber runter... ... ich glaube gleich haben wir es wirklich... ... so... ... so... ... die Zeit... ... ok... ... 48 Minuten... ... ja... ... da... ... wären wirklich 3 Barz... ... ... ich hätte gedacht ich schaff das jetzt... ... schneller... ... ... ähm... ... ja gut... ... dann nehme ich gleich die Fee... .... ... ach... ... so hätte ich mich gleich in Steine an... ... naja... ... egal... Komm du Stachling, aber jetzt, soo, wissen wir, wer heute nach dem Wann ist, soo... Okay, dann machen wir gleich. Dann machen wir gleich den Henschlag auch darauf. So, bis hier oben. Salter. Salter, Salter, Salter. Bomben. Noch mehr Bomben. Und eine Tür. Nein. Das will suck. Das wird hier. Das ist ein Schuss. 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 So, so, so. Was hier was, wenn man die Dinge anmacht? Nein, gar nichts war. Gut, rein da. Ich brauche den Hammer! Warte! Nein! Boah, die Uhr weg hier! Hammer ist drin! Gut! Endboss, wir kommen! Was? Auf! Auf! Nicht so! Schießen! Ah! Verdammt! Nicht auf den Schwanz aufgepasst. Schnell, rette mich, Fee, rette mich! Das war's mit dir. Boah, Gott sei Dank hatte ich eine Fee dabei. So, jetzt haben wir schon 10 Herzen. Wunderbar! Und den ersten Kristall! Jetzt freut er sich! Ja, Grafus, ich danke dir! Ja, durch mich konnte sie den Monstern entrennen! Wunderbar! Ja, wisst ihr schon, das war mal das Goldene Land! Mit der Goldene Macht! Und mit dem Prüfhorst und das ganze Zeug! Ja, ja, die Schattenweilung, ja, ja! Ja, oder Kräfte und so! Gib's zu, ihr habt alle versagt! Ich muss euch wieder retten! Okay, so weiter! Du kannst uns verstecken. Es dauert noch ein bisschen. Da brauche ich noch 6 Kristalle! So, und jetzt wurden uns die neun Standorte alle markiert. So. Da wären wir wieder. So, jetzt können wir auf der Karte sehen die anderen sechs Kristalle. So. So. Geht weg. Nein, 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 nein. Jetzt müssen wir wieder zurückgehen, wenn ich gekommen bin. Sonst wird das hier nix... Hier, hier, hier... Ich könnte hier Abgriffen angehen, genau. So, nein, ich muss hier schon rein. Hier rein. Nehmen wir mal die Pflanze dritten. So... Hier... So runter. Gut. So, jetzt wollte ich ja dann auch das Luftmedaille holen. So, jetzt kann ich eigentlich später auch nicht da... Dann kann man es ruhig so dann noch rauf. So... Das auch rüber. So, holen wir uns. Deswegen ist es zuerst die Flöte. Das müsste ja auch schon möglich sein. Gehen wir da rauf, da rauf, da rauf. Dembreden wir jetzt. So. Kaum kam ich hinein in die Schattenwelt, wurde ich in diese Gestalt verwandelt. Früher habe ich das Flötespil sehr geliebt. Das vermisse ich nun sehr. Ja... Ja, die ganzen Tiere sind weg. Na gut, dann suchen wir seine Flöte. Wer gibt uns da für die Schaukel? So. Wo ist mein Spiegel? Dann holen wir gleich seine Flöte. Da... ja... Ja, ich glaube ich muss da ein... ...und einen besseren Ort finden, um zu wechseln. Damit ich nicht gleich wieder in die Welt geschickt werde. So. Schaufel, schaufel, wo bist du? So, das müsste ja irgendwo gehen. Ja. Da ist die Schaukel. So, lass mich da wieder rein. Ich bin da rein, ich bin da rein, ich bin da rein. Hallo? Ja. So. So, jetzt spielen wir mal die Flöte. So, jetzt spielen wir mal die Flöte. Bitte nehmen wir da, sieh. Ah, 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 ah. So, jetzt müsste ich glaube ich ein Baum werden oder sowas... So, jetzt müsste ich glaube ich ein Baum werden oder sowas. Ja genau das ist jetzt ein Baum geworden. So, wir gehen da gleich weiter, so, und hier so, ach genau, jetzt ist er ein Minigame. Wenige wollen wir aber nicht haben, kann ich hier so auch rauf ins Dorf, ich glaube eher nicht. Mal überlegen, ich müsste das ja sowieso in der Lichtwelt tun. Genau, mit dem alten Sprech in der Lichtwelt. Die Statue ist ja auch in der Lichtwelt. Dann wechsle ich einfach gleich hier rüber. Ist ja auch egal, doch. Ach, bald schon diese Wachen, geht weg. Ich bin unschuldig. Ich habe nichts gemacht. So, wenn wir schon mal hier sind. Ne, die Schmiede. Dann müsste man sich ja auch schon die Zauberleiste verdoppeln lassen können. Oder dass man halt nur mehr 50% Minakosten hat. Ich müsste doch auch schon gehen. So, so. Oh. Klar. Ich muss noch mal schauen. Ich bin hier noch mal rein. Ich bin hier noch mal rein. Oder? Ja, genau. Wie kannst du es wagen, mich aus dem Schlaf zu reißen? Ich verfluche dich. Das scheint eine Rache. Okay. Tja, jetzt bekommen wir nur mehr halb so viel Magie abgezogen. Sehr schön. Hätten wir das auch gemacht. Später brauchen wir dann eh viel Mana. Das ist dann immer gut, wenn wir das jetzt schon haben. So. Dann. Okay. Okay. Perfekt. Das wir jetzt müssen wir in ... Ach, geh weg. Geeg weg. Ja, genau, hier ist das Gebrot. Da müssen wir rein über die Learde. Sooo, Flö-itei, hier bist du? Soooooguin, diese Flöte...! Habe mein Sohn gehört, oder? Hast du ihn getroffen? Er versteht. Da Jetzt erfahren wir, dass man die ... Flöte bei der großen Stati spielen sollen und da kommt dann ein Vogel und mit dem können wir dann reisen, wenn wir wollen Genau, ein Vogel ist schon da Na wunderbar Ist doch noch was für uns Schauen wir mal auf die Uhr Nein, gut, passt, dann würde ich sagen Ein bisschen was haben wir ja wieder geschafft, dann machen wir einfach beim nächsten Mal wieder weiter Das werde ich aber mal dann speichern Ja, dann verabschiede ich mich schon mal und sage dann danke fürs Zusehen und ja, ciao bis zum nächsten Mal